moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von lost ark ja es ist wieder einige zeit vergangen seit der letzten aufnahme und wir haben einige anmeldebelohnungen bekommen und auch so ein paar geschenke unter anderem hier mal wieder eine kristallende aura würde ich sagen dass wir vielleicht mal hier eine aktivieren für drei tage dann können wir mal ein bisschen spielen ich habe auch noch ein paar wächtersteine bekommen sind gebunden deswegen müssen wir die so oder so aufmachen die können wir also nicht behalten für eventuelle andere charaktere hier haben wir noch mal platinmünzen da kriegen wir 200.000 silber was haben wir hier noch ehrenfragmente die können auch mal aufmachen an kader gebunden da ehrensprungsteine die könnten wir vielleicht noch mal ins lager legen genauso wie auswaltruhe fusionsmaterial haben wir auch noch nicht ja hier haben wir noch mal diese sachen diese kristalle und was haben wir hier spezielle farbtruhe für der gesellschaft magie ja ich glaube die habe ich bekommen durch amazon prime gaming wer amazon prime hat der hat auch automatisch amazon prime gaming da könnte mal vorbeischauen gibt das mal bei google ein da lockt ihr euch ganz einfach mit euren amazon daten ein und es gibt immer mal für diverse spiele also zusatzelemente overwatch zum beispiel so ein paar lootboxen oder lost ark eben so eine farbtruhe und es gibt teilweise sogar kostenlose spiele also mir war das lange zeit nicht bekannt seitdem ich es aber weiß gucke ich da regelmäßig rein schaut mal vorbei das lohnt sich auf jeden fall so für so ein paar kleine zusatz inhalte aufmachen werden wir das jetzt aber trotzdem nicht unbedingt wenn wir mal ins in die truhe packen ja was haben wir vor waren ja vor dem dämonen und auf bord werden müssen wir noch mal mit königin elaine sprechen ich würde sagen dass wir erst mal zu mir laufen und mit ihr sprechen denn wir wollen ja oft unika erst mal fertig werden genau diese vorne direkt aber jetzt denke ich dass die miliz das schiff untersuchen sollte schließlich ist dort ein nun ein merkwürdiges monster um meine güte es ist ein dämon ich weiß ich ja zuerst gehen wir zur miliz sind sie dort voran wie steht es um das schiffswrack die geräusche scheint verstummt zu sein es ist doch nichts passiert oder in punika treibt ein dämon sein unwesen war es ein dämon hahaha unmöglich dass dämonen auf punika auftauchen du veräppelt mich doch weil ich so schnell erschrocken bin oder genug bitte gehen ja keiner will uns hier glauben schenken was hat die miliz gesagt sie hat mir nicht geglaubt natürlich die heilige bestie beschützt punika also ist es unmöglich dass dämonen auftauchen aber du bist sicher dass das merkwürdige merkwürdige wesen ein dämon war oder wie das ich habe schon sehr oft gegen dämonen gekämpft wirklich mir scheint über etwas nachzudenken ich habe gegen den kommandanten der verwüsteten legion gekämpft du meinst dass das merkwürdige wesen der kommandant der verwüsteten legion war der ausdruck auf nirs gesicht zeigt dass sie tief in gedanken versunken ist hast du zeit mit zu helfen ja wir haben zeit dir zu helfen dann stimmen wir uns mal positiv erst mal wieder suchen hier ich könnte es natürlich auch in den chat eingeben aber ja zustimmen da ist es jetzt wurde es gerade machen und da bis dann doch noch gefunden ich hätte nicht gedacht dass du so schnell antwort ist ok gehen wir ins vulkan gebiet ich muss dort nachher ich muss dort etwas untersuchen wir müssen es den anderen sagen du vertraust mir nicht mir scheint in gedanken versunken zu sein ok sobald die untersuchung beendet ist werde ich der matriarchen bericht erstatten versprochen die matriarchen ja sie ist eine großartige person die punika regiert sie geht oft auf patrouille und ist stets um punika besorgt aber es ist trotzdem so hoffnungslos wenn es keine handfesten beweise gibt wird niemand der matriarchen glauben erinnerst du dich an die miliz von vorhin gehen wir also zuerst ins vulkan gebiet wir müssen es gründlich untersuchen ja da würde ich sagen folgen wir mal den worten und gehen ins vulkan gebiet dort sehen wir auch dass noch eine quest auf uns wartet die nehmen wir natürlich auch noch mit august leila ich bin augusta ich möchte einen gigantischen vulkan ausbruch erforschen der sich hier vor langer zeit ereignet hat vulkan ausbruch ja das stimmt der vulkan ausbruch vor tausenden von jahren ist der vulkan in punika ausgebrochen die gesamte zivilisation wurde im grunde ausgelöscht viele gelehrte haben den vulkan ausbruch von punika erforscht aber es gibt keine konkrete aussage darüber was genau an diesem tag passiert ist deshalb bin ich nach punika gekommen um das geheimnis zu ergründen leider habe ich keine aufzeichnungen von vor dem ausbruch gefunden der ausbruch muss gewaltig gewesen sein immerhin hat er keinerlei spuren hinterlassen ich habe gehört dass es noch ein paar ruinen gibt aber ich bin mir nicht sicher wo sie sind wenn du die ruinen findest könntest du vielleicht herausfinden ob es irgendwelche informationen über den vulkan ausbruch gibt ja das können wir natürlich machen wird vermutlich wieder auf dem weg sowieso sein dies ist das aschgraue vulkan gebiet soweit ich gehört habe gibt es hier ein relikt des alten folges folkes das einst in punika gelebt gelebt hat suchen wir hier nach informationen über dämonen schließlich kann das was du gesagt hast auch falsch sein wir haben keine zeit wo ich weiß aber wir müssen auf nummer sicher gehen punikas materialchen ist eine sehr zuverlässige und verlässliche person ich ihr wird es besser gefallen wenn ich das gründlich untersuche sie könnte vermuten dass es sich nur um ein see ungeheuer und nicht um ein dämon handelt glaube mir es ist ein dämon ach sehen wir uns zuerst die ruinen die schwachpunkte der dämonen könnten dort geschrieben stehen wenn wir unsere materialchen informieren möchten brauchen wir mehr details am besten fragen wir den historiker brooke brooke müsste sich tief im inneren des arschgrauen vulkan gebietes befinden gehen wir ja wir kommen nicht drum rum allein beim gedanken schrecklichen dinger im schiffsrack bleibt es mir kalt den rücken herunter oder doch etwas anderes ja natürlich monster aus dem meer sieht man doch so da unten sollen wir lang gehen wir wieder ein einfach im abenteuer folie an das reicht auch schon mehr wollen wir gar nicht ein paar riesenraben haben wir auch wieder hier das vulkan gebiet ist etwas heiß der orea ist immer noch aktiv sollen denn hier schönes ein blatt papier das aber leider nicht lesen können gehört vermutlich zu einem vorherigen blatt papier die vulkan ausbruch ich kenne mich nicht so gut mit geologie aus historiker spekulieren jedoch dass die einzigen bewohner dieser insel zum zeitpunkt des ausbruchs überhaupt nicht wussten dass dies überhaupt möglich war du siehst verwirrt aus schau dir das gelände und die relikte an die hier zurückgeblieben sind dann wirst du es herausfinden und ich muss dich doch nicht ich muss dich doch nicht daran erinnern dass du die artefakte nicht mit einer waffe zerstören darfst oder kann ich dir helfen touristen kommen normalerweise nicht ins aschgraue vulkan gebiet scheinbar gibt es da etwas was du wissen möchtest an diesem ort gibt es viele überbleibsel der vergangenheit also sie dich ruhig um es heißt ja dass die vergangenheit ein spiegel der zukunft ist nicht wahr gute dann schauen wir uns hier mal um leute bekämpfen dämonen ja könnte man so sehen diese steintafel ist eine aufzeichnung der ersten materialchen die im großen krieg die dämonen besiegte sie hat den außer kontrolle geratenen wächter in den schlaf gesungen und dann punika vor den dämonen die aus dem vulkan gekrochen kamen gerettet man kann sagen dass sie die große ahnen aller nias ist schau dir das an die zeichnung auf dieser steintafel ähnelt den dämonen der verwüsteten legion du hattest recht es waren doch dämonen es tut mir leid dass ich dir nicht geglaubt habe nia sieht traurig aus und lässt die schultern hängen wir müssen es der materialchen sagen oh richtig ja ich muss das der materialchen mitteilen punikas materialchen sie sorgt sich wirklich um punika ich bin mir sicher dass sie es den leuten erklären kann aber wie soll ich es eher erklären ja wie wäre es zu erklären was passiert ist das wird schwieriger sein mit leuten zu sprechen ist nicht gerade meine stärke gibt es einen anderen weg ja wie wäre es mit der zeichnung eine zeichnung okay ja ich bin eine gute zeichnerin gut ich brauche etwas papier ich borge mir das papier von bruce habe jede menge papier alles klar ich werde aufzeichnen was du beschreibst berichte mir in allen details von den dämonen ich war vorhin so erschrocken dass ich mich nicht gut erinnern kann die schienen der dämon aber ziemlich bekannt vorzukommen erzähl ihr von kakul seydens augen ach ja genau ich bekomme schon jetzt eine gänsehaut noch etwas erkläre die puppe auf seinen schultern richtig also die puppe auf den schultern denkst du dass sie lebendig war sie hat sich bewegt auf seltsame art und weise noch etwas erzähl ihr von dem aufgerissenen mund ach wenn ich daran denke bekomme ich wirklich eine gänsehaut wie konnte sich das gesicht so drehen der aufgerissene mund gab es noch irgendein anderes detail erzählt ihr von seiner waffe ja also es ist das erste mal so als es das erst mal so herumschwang gruselig fertig ich denke die zeichnung ist fast perfekt künstlerin näher hat es einfach drauf hier sie dir das an ja das sieht man auf jeden fall also so auf die schnelle finde ich das eigentlich ziemlich gut ja was ich habe ziemlich ich habe mich ziemlich gut geschlagen ist es so seltsam wirklich nun ja lass uns erst einmal zurück ins dorf gehen los geht's muss ich denn wirklich die ganze zeit herumlaufen und nach dir suchen die frau runzelt die stelle und gibt mir einen schlag auf den kopf ich habe dir gesagt dass du das dorf nicht alleine verlassen sollst alle bereiten sich auf das fest vor und was dich angeht abenteurer das aschgraue vulkan gebiet ist ein gefährlicher ort hast du auf sie aufgepasst ich danke dir dafür es gibt etwas dass ich der materialchen sagen muss wie die materialchen also gut aber leute die keine erlaubnis haben dürfen das dorf nicht betreten aber da du dich um näher gekümmert hast werde ich dir die erlaubnis erteilen du kannst dich am tidenriff fahrt noch etwas länger umsehen oder dich direkt auf den weg zum dorf machen die materialchen wird wahrscheinlich eine weile mit waschen und essen beschäftigt sein ok gehen wir bereit für eine predigt so wir untersuchen hier auch erstmal nochmal den boden der ist warm und können jetzt hier eine prophezeiung sehen auf der stein tafel ja scheinbar ich weiß ja ob das die dämonen darstellen sollen dass sie irgendeinen magischen stein hier anbeten du hast die stein tafel gesehen richtig sie sehen alle stolz und übermütig aus auf den bildern es ist schwer vorstellbar dass sie mit einer verheerenden katastrophe rechneten und ist dir aufgefallen dass die gebäude ja hauptsächlich mit stein gebaut wurden steine können nicht ihr hauptmaterial der wahl gewesen sein wenn sie den ausbruch des vulkans vorhergesehen hätten oh und sieh dir mal diese statue an diese statue sieht vertraut aus wir haben diese statue nicht gebaut ich bin mir sicher dass du es schon herausgefunden hast aber das material ist das gleich wie das der stein tafel mit anderen worten wurde diese statue ungefähr zur gleichen zeit wie die stein tafeln erschaffen denkst du dass diese dinge mit dem vulkanausbruch zusammenhängen ja wer weiß das schon so genau verängstigt der zenith den göttern sein dank ein erwachsener bitte hilf mir ich war auf dem weg zum dorf näher vom hauptplatz aus als ein polterndes geräusch von der mildküsten straße dort drüben hörte ich war so überrascht dass ich einfach los rannte mama hat immer gesagt dass ich mich von diesem ort ort fernhalten soll ich bin sogar ein furchterregenden tier begegnet dass mich gerade lebendig fressen wollte bitte erteile diesen tieren eine lektion und hilft mir zurück zum dorf näher zu kommen aber natürlich mein kleiner so gucken wir mal ob wir hier vielleicht auch ein gegner finden den wir erledigen können damit der abenteurer für die anzeige befüllt wird sieht aber irgendwie nicht so danach aus ok jetzt gehen wir hier auch ziemlich falsch den haben wir ja hier meine ich schon genau so das haben wir schon mal abgeschlossen dann können wir hier oben den reporter aktivieren und auch die quest abgeben sie sagten dass sie mich zurück ins dorf näher bringen werden wenn sie losgehen danke dass du mir geholfen hast dann öffnen wir mal direkt die kartpakete hier drei stück und wir haben wieder einen erfolg bekommen wirkliche kinder stufe drei aber da bisher freigeschaltet bis fünf stufe fünf geht müssen wir mal gucken ob wir da noch mehr finden dem wir helfen können so kartenkatalog ist voll also ihr papa können wir nicht hinzufügen wollen wir mal gucken ob wir noch genügend edelsteine haben um das ganze hier zu erweitern leider nicht also momentaner besitz haben wir zehn kosten würden 30 sein gut dann nehmen wir die erst mal nach unten fragt mich auch nicht wie man diese edelsteine bekommt wahrscheinlich nur durch kauf oder sowas das werden wir auf jeden fall nicht machen so ansonsten haben wir ja auch nichts ja gehen wir erst mal weiter hier oben sollen wir ins dorf näher gehen das sind wir die gewalttätigen pflanzen warum rennt ihr denn weg bleibt auch hier so und dann über jeden fall noch auseinander dann haben wir das also geht doch so wir halten mal die augen offen ob es hier noch so ein paar gegner gibt für den abenteuer folianten ja die müssen wir nicht unbedingt ab und zu auch mal ganz nützige sachen fallen aber auch wenn wir unsere zeit jetzt sich hierfür okay tatsächlich haben wir hier keinen gefunden gut dann gehen wir weiter in den nächsten bereich dorf näher die punikana sind em sich mit den vorbereitungen für das festival beschäftigt ja das haben wir auch schon mitbekommen ja alle sind in freudiger erwartung auf dieses fest die Ja, schöne Statue. Sieht ähnlich aus wie die, die wir eben inspiziert haben. Sieht nur ein bisschen heller vom Gestein her aus. So, und da sind wir. Gut, ich würde sagen, wir sprechen hier oben mal mit August da. Oder August. Eine Steintafel mit Gravierung. Hm, ich muss mal schauen, ob ich noch andere Steintafeln dieser Art hier finden kann. Danke für die Bestätigung. Hey, wir sollten uns bei unseren Ermittlungen öfter gegenseitig helfen. Meinst du nicht? Außenstehende müssen sich untereinander helfen, nicht wahr? Sicher doch. Der Sturm wird schon wieder stärker. So, Leute, dann aktivieren wir hier den Triporter nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich hier auch darüber freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. See you next time. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020